Guten Tag, eine Fahrkarte nach Göttingen, bitte. Guten Tag, eine Fahrkarte nach Göttingen, bitte. Einfach oder hin und zurück? Einfach oder hin und zurück? Einfach. Haben Sie eine Bahnkarte? Haben Sie eine Bahnkarte? Nein. Welcher Klasse? Welcher Klasse? Zweiter. Das kostet zehn Euro mit dem Interregio. Das kostet zehn Euro mit dem Interregio. Und was kostet der Intercity Express? Und was kostet der Intercity Express? Der kostet 19 Euro. Der kostet 19 Euro. Das ist aber teuer. Ich fahre lieber mit dem Interregio. Das ist aber teuer. Ich fahre lieber mit dem Interregio. Das ist aber teuer. Bohin! Untertitelung des ZDF, 2020